so servus kleben wir gleich los ich will heute wieder bisschen mit der bonanza fliegen mit der vital von karenado und ich habe vorher in warschau zum starten und zu anfang mal ein paar sehenswürdigkeit hat mir aussucht wo ich angucke zwei stück sind war irgendwann im world update dabei und zwei andere ich habe so von dem google maps mal ausgesucht ob man da irgendwas sehr kann weiß ich aber nicht und ja die strecke ist jetzt nicht wirklich groß und wenn ihr es dann anguckt habt dann wohl irgendwo hin fliege und dann lande vielleicht mal die gegend ein bisschen was ich dann ergibt aber so mal mein plan und jetzt geht's los so das wetter ist jetzt nicht gerade einladend für die sightseeing tour aber naja ich habe ein dach über dem flugzeug im kopf aber zu gehen er gar gesagt dass ich wieder hier sieht muss da ist eine defekte livery vom flieger moment der mit dem flugplan lade also ich habe ihr habt ihr den flug nummer starten müsse weil welche auf der startbahn auftritt bin obwohl die eigentliche park pass angegeben gehabt in der in der weltkarte und aus dem grund habe jetzt auch nehme die andere sehenswürdigkeit in meinem flugplan mit ein baut weil dann hätte wieder auf google maps müssen und die koordinaten suchen und ich weiß jetzt nicht mehr genau was das war moment vielleicht muss hier da ist egal ich gucke mir dann die gegend von oben mal gucken wie das wie die stadt umgesetzt ist das sieht jetzt ein bisschen komisch aus mit dem zickzack hier tatsache ist dass hier die startbahn ist und das flugzeug einfach in die richtung startet und der endpunkt ist der mittelpunkt von flughafen weg dem sieht es jetzt so komisch aus das hier ist praktisch ein punkt darstelle und ihr wird wahrscheinlich auch gut die wort die wird das hier zuerst an fliege dann mache ich halt so eine kleine dreh so rüber nach links und dann fliege das hier dann fliege das hier an anschließend mache ich noch irgendwie einen rundflug über die stadt oder so wenn es sich anbietet ja beim letzte beim letzte video hat merkt dass nicht alles gut umgesetzt ist ja das mal teilweise der market habt habe über lange überlegt soll ich das überhaupt hochladen das war ja so so schrecklich die umgebung ja das gab es dann doch zum hochladen weil ja das ist mein tagebuch und das ist passiert und es passt und dann gehört es eigentlich auch dazu ja so also dann gehen wir dann hier rüber zu dem dann hier hoch und dann wird sich zeigen was sich dann ergibt so alle knöpfe sind auf ausgangsstellung ok ich kann starte das hier brauchen wir nicht was ich querrototrimmung ok ich habe gar nicht gewusst dass ich hier verboten ist weil ich immer weg klick ok so dann treibstoff der hat sogar passt der kalibriere von höhe und von kreisel kompass dann strom feststellbremse die war gesetzt magnetos und biken nachflüchter so dann ist es ein bisschen dunkel machen wir das den generator an das habe ich schon mal bemängelt bei dem flugzeug wenn ich den generator ausschalte da gibt es keine fehlermeldung man sieht zwar hier also wenn beim auto beim ganz normalen auto der strom über die batterie läuft dann läuft dann leuchtet das batteriezeichen auf und irgendwas in der richtung hätte ich eigentlich erwartet bei so einem flugzeug aber das ist nicht verbaut dann machen wir das garmin an hier gehen wir auf alt so sieht man es besser so na das ist so gut dass es garmin jetzt bei der einschaltprozedur irgendwie die realistische zeit braucht aber es ist lästig am anfang ist okay der herz normale gps braucht eine weile bis das auch hier das satellit empfängt und so aber nach dem fünften sechsten mark benutzen kann man es kaum abwarten bis es endlich soweit ist so was ich seitdem machen kann ich ich kann mal die atc einschalten boden das ist Die Airport Information, Sierra 0800 Zulu. Wind 264 at 1 tree. Visibility, 6 in heavy rain. Sky condition, hue clouds at 1,800 feet, ceiling 4,700 feet overcast. Temperature, 8. 2.10. Altimeter tree, 0.0 tree. Visual runway 29er in use. Landing and departing runway 3-3. VFR aircraft say direction of flight. All aircraft read back, hold short instructions. Advice controller on initial contact, you have Sierra. Oxy Airport Information, Sierra 0800 Zulu. Wind 264 at 1 tree. Oxy Ground, Martin Romeo, Juliet 6-6 ready to taxi. Departing straight out with Sierra. Martin Romeo, Juliet 6-6 taxi to and hold short of runway 3-3. Using taxiway Lima Hotel, 2 cross runway 3-3 Hotel, 1 Bravo, 6 Bravo, 7 Bravo, 8. Contact tower on 118.305 when ready. Taxiing hold short runway 3-3 using taxiway Lima Hotel, 2 cross runway 3-3 Hotel, 1 Bravo, 6 Bravo, 7 Bravo, 8, Martin Romeo, Juliet 6-6. Oxy Ground, Orange Liner 6-980 requesting pushback. Orange Liner 6-980 pushback request accepted. Orange Liner 6-980 pushback. 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 Vielleicht mache ich nachher einen ILS-Anflug. Okay, okay. Das heißt, die muss hier runter. Gut. Dann machen wir das Tax-Licht an. Also die Carinador-Flieger, die gefallen immer. Die sind jetzt nicht unbedingt die Wahnsinnssystemtiefe, aber die ganze Funktion und so sind im Grunde genommen gut umgesetzt und sie sind zuverlässig. Bei den Carinados weiß man genau, wo man dran ist. Man wird eigentlich nicht mehr enttäuscht. Am Anfang war es, glaube ich, so. Wenn man da die Denkauft hat, die Muni, wo sie frisch rauskommt, hat sie wahnsinnig viele Probleme gehabt. Das ist nicht mehr ein Tierhäuser. Das ist ja auch das. Das ist ja auch das. Das ist ja auch das. Ja, klasse. Warum hat er eine andere Lande-Zuweisung gekriegt, wie ich Start-Zuweisung habe? Das geht doch nicht. Startfreigabe. Dann kommt wieder einer rein. Das sieht eher aus, wie wenn das Hubschraub oder sowas wäre. Und einfach ein falsches Flugzeug. Ja, sorry, ich hab's gehört. So, dann. Lendelichter-Strobs-Taxi-Licht aus. Und Flaps ohne Flaps. Hoppla. Ich hab grad auf die Karte geguckt und der Wind hat mir eine Zecke hinter auf die Seite geschoben. Ja, ich hab Wind von rechts und zwar. Von links meine ich. Ja, es ist heftig von links. 13 Knoten. Und wenn das packen... Wär eigentlich die Landebahn optimal gewesen. Die da. Die Schauangebe für Sichtflug war, ich glaub, die Landebahn 29. Flaps sind oben. Dann gehen wir zurück mit der Drehzahl. Wir gehen zurück mit dem Manifutpressure. Und ich kann ja schon abmakern. Dann haben wir gesagt, wir machen die Linkskurve. Damit man den Außenbereich von Prag... äh, von Warschau sieht. Ich geh hier auf GPS. So, dass hier oben... Dass ich da oben ein bisschen Anhaltspunkt hab, wo ich hinfliegen soll. Ich bin jetzt natürlich im Ab- und Anflugbereich von der Piste da. So, Ausdrümmung. Ausdrümmen, so. So. Oxytower, Finnair 11438 Mile. South-East inbound 4DME runway 29er Approach. Finnair 1143 Oxytower. Altimeter 3 0.03 Wind 264 at 1.3. Cleared VOR DME runway 29er Approach. Finnair 1143. So, dann überfliegen wir mal den Flugplatz nochmal. Cleared VOR DME runway 29er Approach. Finnair 1143. Das stimmt auch irgendwas mit der Livery nicht bei dem da. Da stimmt auch was nicht. Oh, das ist das Licht. Okay. Wenn ich jetzt die Aussicht hier mit Malta vergleiche. Ja. Das ist genial. Also, ich hätte mich an Microsoft Stelle geschämt, wenn ich das Malta als Highlight vom World Update mit aufgenommen hätte. Und dann sowas abliefern. Also, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das geht in meinen Kopf nicht rein. Das geht in meinen Kopf nicht rein. Finnair 114-t, follow the aircraft, on final. Wind 264 at 1.3. Clear to land, runway 29er Clear to land, runway 29er, Finnair 1143 Oh, key up, haha Das sieht ja schon irgendwie cool aus Sie sieht das Wetter So, kem ob sich die Wunder Die Wunder, die wir hier fahren, am Uget Martin, Romeo, Juliet 66 Is 5 miles east, 2800 feet With Sierra to land Martin, Romeo, Juliet 66, Oxy Tower Altimeter 3, 0 decimal 0 tree wind 264 at 1 tree Make Street, runway 29er Fly straight in runway 29er, Martin, Romeo, Juliet 66 Finnair 1143, go around Martin, Romeo, Juliet 66 Follow the aircraft on the runway Wind 264 at 1 tree Wieso hat es eigentlich der Wieso hat er schon wieder Landefreigabe Einfordert Clear to land, runway 29er, Martin, Romeo, Juliet 66 Was there 1350 contact ground on 121.905 Oxy Tower, Martin, Romeo, Juliet 66 Cancel landing intention Martin, Romeo, Juliet 66 Your cancellation is received Approach Martin, Romeo, Juliet 66 Is type Beechcraft Bonanza 5 miles east of Oxy 2000 feet Request clearance to transition Charlie airspace Martin, Romeo, Juliet 66 Approach Squawk 6034 Squawk 603 for Martin, Romeo, Juliet 66 Martin, Romeo, Juliet 66 Contact 6 miles east of Oxy 1800 feet Cleared through the Charlie airspace Cleared through the Charlie airspace Martin, Romeo, Juliet 66 This here's In Thor Florida Is dead Of the Charlie airspace Beeping 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das eigentlich? Ah, jetzt fängt es wieder an. Moment. So, dann gucken wir mal, was das ist. Das müsste die beiden Towers sein, ich bin ja wahrscheinlich schon zu hoch gefahren, und die beiden sind es wahrscheinlich. Mal gucken, wie es hier aussieht. Moment, da muss ich schnell die andere Karte öffnen. Geschwind, die andere Karte öffnen. Da sind die Turm ja auch nicht drauf. Lass ja gut. Ich fliege jetzt genau über den Bahnhof. Oder über die Gleise, sagen wir mal so. Das sind hier. Das sind die Gleise, das ist das komische quadratische Areal. Und dann ist das hier das große Haus. Dann ist das hier und hier. Das sind die beide, das sind die beide Dinger da. Ja gut, ich habe es vergessen, dass man den Maus auf der Karte nicht sieht. Und hier ist auch das Satelliterbild von dem Turm. Hier. Das da. Das Satelliterbild von dem Turm. Okay. Okay. Ja, gehen wir weiter. Moment. Machen wir doch Vollbild. Geben wir wieder ins Cockpit. Und anschnallen, es geht los. Also die Stadt ist so gut umgesetzt Die Stadt ist so gut umgesetzt, dass man die Sehenswürdigkeit, die, die so hingeklatscht sind, gar nicht braucht. Ja. Ich vermute mal, dass es das hier ist. Und das sieht wieder so aus, wie wenn es einfach in die Welt reingesetzt ist und Platz da ist. Und es passt gar nicht richtig zur Zeneräde zu. Ja. Und das Drumherum sieht einigermaßen gut aus. Ja. Das sieht realistisch aus. Das kann man auch so durchgehen lassen, ohne Korrektur. Und ich knall das was rein, was im Grunde genommen einem, was sich zwar hübschisch, aber das Komplettbild versaut. Echt? Ist dein Flugzeug im Weg? Dann gehen wir runter vom Gas. Das ist die Warnung, dass es, äh, dass es Fahrwagen ausgefahrt ist. Obwohl, das passt jetzt eigentlich in die Lande. Das sieht, das sieht gut aus. Wenn es das ist. Ja, das ist okay. 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 Ja, bis auf die magische Textur da und da Das geht jetzt wieder nicht raus, ich habe jetzt das hier zentriert und wenn ich jetzt die Tasche drücke, um das loszulassen, das geht nicht Erst wenn ich das aufmache und dann die Tasche drücke, jetzt hat man es gesehen, jetzt ist es gegangen Warum das so ist, keine Ahnung Jetzt muss ich beim Screenshot aufpassen, dass da nicht gerade eine Meldung kommt Moment, ich mache das jetzt ein bisschen größer, ein bisschen näher und dann geht das weg So Oh, jetzt kommt die Wolke Gehen wir da rüber Vielleicht sieht es da besser aus Bisschen Bisschen Weitwinkel Moment, gehen wir Jetzt ist es gerade Bisschen Weitwinkel, ist auch okay So, ob man ein bisschen Nachricht weg ist, dann machen wir das Screenshot Das war mit Moment Ja, das war mit drauf, ich habe gerade das Bild anguckt So, jetzt fliegt man wohin, egal, drückt ins Cockpit, fliegen wir mal ein bisschen Tiefflug durch die Ortschaft, die Ortschaft durch die Stadt durch Ich gebe jetzt so viel Geist, dass das Gepiepse aufführt Ist jetzt natürlich ein bisschen zu, äh, zu wenig Zum Hochziehen oder so Also so sind die Straßen natürlich auch nicht optimal, gell, aber der Ort Warschau, der ist gut umgesetzt Also, ich weiß jetzt nicht, wie weit, ähm, das überarbeitet worden ist Von Hand oder ob das jetzt, äh, 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 teilweise computergeneriert worden ist In dem Moment, das ist Fotogrammetrie, weil das fängt das halt an rückeln Das läuft nicht ganz flüssig Da ist also selbst Chicago rückelfreier wie das hier Ja Bisschen mehr Gas geben Ja, und dann ziehe ich hoch Uuuuupsala Na, das ist das, was ich gemeint habe, ich habe zu wenig Gas gegeben zum Hochziehen Und die Bonanza, äh, die hat nicht so viel Power Die fliegt zwar nicht, äh, ordentlich, aber das ist kein, äh, kein Flugzeug mit Akrobatik-Ausstattung Ja Und hier habe ich immerhin, äh, 2000 Fuß Steckrate, gell So, dann machen wir hier mal wieder das Truhen an So, aber ich glaube, ich lande dann Mit ILS Gehen wir wieder zurück mit dem Moneyfoot Pressure Wir gehen jetzt zurück mit dem So Äh, dann gucken wir mal, wo wir sind Ich gehe davon aus, dass hier die Drei und Trace aktiv ist Die Drei und Trace aktiv ist 9 o'clock, 3 miles, at 800 feet, Ember Report them in sight Das ist sie Martin, Romeo, Juliet, 66, have the Ember in sight Das ist sie weg Felt die So, dann schreibe wir um auf GP, äh, auf, 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 V-Log Gehe jetzt mal in der Gegeinflug Wie hoch ist jetzt Wie hoch ist der, der Flugplatz 350, okay Sind wir hoch genug Flapsstufe 1 Das ist schön, das ist schon 145, 165 246, Hemi 146, Hemi 196, 163, Mio 206, 163, Mio 306, Mio 206, Mio 206, Mio 206, Mio 206, Mio 206, Mio 216, Mio 217, Mio 216, Mio 216, Mio 217, Mio Ich bin nicht gespannt, ich habe auch so sehr die falsche Tasche gedrückt. Und jetzt bin ich gespannt, ob man eine Landeeinforderung macht. Weil ich bin ja am Ende vom Flugplan. Altimeter 3 0.0, turn left heading 0.35, proceed on course climb and maintain 9,500 feet. Turn left heading 0.35, proceed on course climb and maintain 9,500 feet Martin Romeo Juliet 66. Oh, da, Landeein, ich bin ja hier. Land 266, descend and maintain 3,000 feet. Das ist ja hier. Was heißt die Nachricht? Was heißt die Nachricht? Okay, jetzt wird es kompliziert. Nehmen wir mal, nehmen wir mal Z. Kontakt Oxy Tower auf 118.305, wenn inbound. Tower auf 118.305, Bombardier Papa Hotel Uniform. Tower auf 118.305, lot 266. Martin Romeo Juliet 66, bitte expedite your climb 9,500 feet. Martin Romeo Juliet 66, bitte expedite. Martin Romeo Juliet 66 traffic is 7 o'clock, 4 miles at 2,500 feet Boeing. Report them in sight. Martin Romeo Juliet 66, would like ILS Zulu runway tree, tree approach vectors to final. Martin Romeo Juliet 66, you are 5 miles south. Maintain present heading and altitude, expect vectors, ILS Zulu runway tree, tree approach, circle to land runway 2,900. Martin Romeo Juliet 66. Martin Romeo Juliet 66, would like ILS Zulu runway tree, tree approach vectors to final. Maintain present heading and altitude, expect vectors, ILS Zulu runway tree, tree, tree approach, circle to land runway 2,900. Martin Romeo Juliet 66. Martin Romeo Juliet 66 traffic is 10 o'clock, 3 miles at 1,200 feet ember. Report them in sight. Martin Romeo Juliet 66, have the traffic. This is the air there. Approach Martin Romeo Juliet 66, would like to cancel IFR. Martin Romeo Juliet 66 IFR flight plan is canceled, radar service terminated. Squawk 7000. Maintain VFR. Frequency change approved. Good day. Approach Martin Romeo Juliet 66 is type Beechcraft Bonanza, 4 miles west of Echo Papa Kilo Uniform, 1,500 feet. Request flight following. Martin Romeo Juliet 66 approach. Squawk tree 276. Squawk tree 276 Martin Romeo Juliet 66. Martin Romeo Juliet 66 radar contact, 4 miles west of Echo Papa Kilo Uniform, 1,400 feet. Altimeter tree 0, decimal 0, tree. Roger Martin Romeo Juliet 66. Oxy Tower Martin Romeo Juliet 66 is 8 miles south east, 1,500 feet with Sierra to land. Martin Romeo Juliet 66, Oxy Tower. Altimeter tree 0, decimal 0, tree. Wind 274 at 1, tree. Fly straight in runway. Ich möchte auf der drehe 30 lande. Bombadier Papa Hotel Uniform, go around. Fly straight in runway. 29R Martin Romeo Juliet 66. Egal, ich lande auf der drehe 30. Fertig aus. Going around Bombadier Papa Hotel Uniform. Das ist... Außer, Moment. Bombadier Papa Hotel Uniform, contact approach on 128. Das ist EPWA. Good day. Ne, ich hab da keine ILS. Hoppla, hoppla. Ich lande auf der drehe 30. Ohne... Ohne sonstige Hilfe, außer meinen Bordinstrumenten. Ohne sonstige Hilfe, außer meinen Bordinstrumenten. Ohne sonstige Hilfe, außer meinen Bordinstrumenten. Going around Lot 266. Lot 266, contact approach on 128.805. Good day. Hoppla, hoppla. 128.805, Lot 266. Hoppla, hoppla. 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 8 miles east inbound 4DME runway 29er approach lot 3 8 8 oxytower altimeter 3 0.03 wind also der denke ich nicht besonders der Autopilot ist nicht besonders gut im Localizer abfangen ich muss jetzt ein bisschen runter gehen weil ich mach den geschehen Gegenflug in die Richtung und nur wieder ein bisschen Schwung weil ich bin ja so oberhalb vom Gleitpfad das will ich nicht so jetzt mal eine Teertrop Wende das ist wenn ich jetzt praktisch ähm der Einflug ist praktisch hier so und ich geh jetzt hier so rüber geh dann so rum und lande dann so ich bin jetzt ich bin jetzt zwar unterhalb vom vom Gleitpfad aber wenn ich jetzt die Drehung mache ich bin dann wieder drüber aber es müsste es müsste passen es müsste passen okay dann geh ich jetzt ähm ähm halt das war falsch das war ähm na Kurs 325 ich hab das falsche Reite dreht jetzt drehe ich jetzt da hier muss ich drehen soo das mach ich jetzt am das mach ich jetzt am das mach ich jetzt am Heinecump ab ein bisschen mehr Gas die verlieren Höhe soo und jetzt fange ich den Localizer ab und dann gehe ich in den Approach Modus über ein bisschen überschossen habe ich kein Problem ich bin noch weit unterhalb vom Gleitpfad man sieht auch schon vorne die Landebahn und jetzt tue ich mit dem Heading auf dem Localizer ausrichte und sobald der Localizer mittig ist schalte ich auf NAV ich hab Seidewind mit einem sehr starken Vorhaltewinkel man sieht es jetzt hier oder auch hier oben wie der Localizer jetzt immer näher kommt immer näher kommt und jetzt schalte ich auf NAV ich gehe noch geschwind mit dem Heading und jetzt schalte ich auf NAV und jetzt sieht man oben die äh die zwei Punkte runterlaufen vom Gleitpfad und sobald es auf Position ist schalte ich auf Approach jetzt auf Approach jetzt auf Approach und sobald jetzt den Sinkflug übergeht äh lasse ich das Fahrwerk raus jetzt geht er runter lasse ich das Fahrwerk raus das bremst mit das heißt ohne das jetzt das Gas ändern muss nicht wirklich schneller jetzt mal gucken ob da oh komm ist eingeschaltet müsste es eigentlich höher sobald ich über der Kreuzung hier bin mache ich dann die vorletzte Flapstufe ich glaube ich habe ein bisschen Wind ja ich habe ordentlichen Seidewind ich werde mit Flaps äh voll nicht landen also ich werde die vorletzte Stufe nehmen bei dem Wind so so vorletzte Flapstufe ah ich glaube ich habe bloß zwei ne dann nehme ich die letzte Flapstufe das ist ja keine Cessna 172 sondern das ist ja eine Bonanza die hat nur zwei Flapstufe jetzt muss ich aufpassen dass die Geschwindigkeit nicht zu weit abnimmt Lern die Lichter an jetzt kommen natürlich alle anderen Flieger von der Seite her ja mal gucken was da los ist ne ist jetzt gerade nicht viel los bisschen mehr Gas ich habe ein bisschen Vorhaltewinkel ja Autopilot aus Eikel Eikel Flair Eikel br�� geräumt dein Wann ein 4 Flips up Sierra 1, Oscar 1, Alpha 4, Echo 1, Echo 2, Echo 3, Cross runway 2, Niner, Lima, Martin, Romeo, Juliet, 6,6 So, ich habe gerade auf die Taster geguckt und bin dann ausversehr in die Seiderruder getrapt getreten Immer irgendwas im Anflug Ja, bis dahin ist immer weg Bis dahin ist immer weg, da kommt einer am Ende einen Flug Ja, ich mache den Fehler oft, dass ich gerade beim ILS Endanflug, wenn ich mit Autopilot arbeite, dass ich zu knapp am Flugplatz den Lokalizer abfangen will Und dann bleibt dem Autopilot keine Zeit mehr Und wegen dem bin ich auch vorher nochmal geschwind weg vom Flughafen und habe den Anflug dann nochmal sauber gemacht Und so funktioniert es auch Und so funktioniert es auch Ja Ja, ich glaube im Radarläbel wird man da nicht so von der Piste abkommen, äh vom Rollbahn abkommen, wenn man sich umsieht Ja, ich fahre ja mit dem Auto auch nicht in der Grabe, wenn ich manchmal schon auf die Seite gucke Aber im Flugsimulator, da hat man das absolut nicht im Gefühl Wenn man nicht auf dem Monitor genau dorthin guckt, wo der Weg ist, merkt man nicht, ob man abkommt, das geht nicht Ja, beim Auto funktioniert es Ich kann geradeaus fahren und rechts aus dem Fenster gucken oder links Und so nehme ich an, wird es auch beim Flugzeug sein Da landet der nächste Jawohl, schalten wir mal die Namensschilder an Das ist sogar, das ist sogar FSLTL, das sieht man an dem Bremsdinger da Da sieht man, dass das von FSLTL generiert wurde, sieht echt klasse aus Und die Mitspieler, die sieht man ohne die Bremsdinger da Ja, eigentlich schade Da kommt schon der nächste rein Auch ohne Namensschilder, das ist auch von FSLTL generiert Also ihr könnt dann den generierten Verkehr auch vom Flugsimulator machen lassen Und FSLTL können dann die Leveries dazu machen, ohne den Verkehr selbst generiert zu machen Und dann hätte man auch die Namensschilder und wüsste, was für ein Flugzeug ist und wo es herkommt Beziehungsweise wo es hin will Dann sind dann hier, hier sind zum Beispiel nur zwei Informationen, das Flugzeug und die Höhe Und dann wäre eine dritte Information entweder mit, äh, mit Startflughafen oder Landflughafen Also ich bin jetzt von der Szenerie und so eigentlich begeistert Soviel ich jetzt weiß War das kein Überarbeiteter Flughafen Was ist jetzt ein Flughafen, den Flugplatz über, äh, die Startbahn über, 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 quere? Normalerweise müsste jetzt halt eine Freigabe abwarten, aber die ATC macht das nicht Die ATC lässt mich nicht am Flug, äh, äh, an der Startbahn halten Soviel... Das ist noch ein bisserl ein Mangle, das ist, äh... Nicht... Realistisch Normalerweise müsste ich halt da und, äh... Eine Freigabe zum Flughafen abwarten Ja Aber im neuer Flugsimulator oder glaub schon beim neuer, äh, beim neuer Update Das ist SU-50, also SIM-Update-15. Da müsste eigentlich schon die Überarbeitung vom ATC sein. Ob das das beinhaltet, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich bin kein Beta-Tester und hab's auch nicht vor. So. Also der Flugverkehr, was er startet und landet, ist alles von FSLTL generiert. Das finde ich klasse, das ist echt irgendwie... Oh, hoppla, Landelicht habe ich noch in der Taxi, dann schalten soll. Und jetzt natürlich auch ausschalten, wenn ich da einpark. Stropes mal hier auch aus. Dann mache ich den Motorrad mit dem Cut-Off. Ich habe natürlich vergessen wieder den Tankwahlschalter zum Dreher. Dadurch hat sich der linke Tank schneller geliert wie der rechter, aber es ist noch... Ja, okay. Okay, jetzt mache ich es, oder? Dann machen wir den Tankwahlschalter zu. Das ist so, okay. Park, Bremse. Avionic. Das war jetzt wieder schon auf ganz dunkel. Normalerweise hat es ja immer so gekugelt. Jetzt plötzlich ist es auf ganz dunkel, wenn ich die Avionic ausschalte. Okay, dann mache ich jetzt Generator aus. Batterie aus. Dann alle Lichter aus. So, die Lichter habe ich auch angehabt. Auf null, hier nix. Normalerweise hört man das im Moment. Das sind wir, das sind wir, das sind wir. Gucken wir mal von draußen an. Machen wir mal die Namensschilder weg. Jetzt sind sie weg. Okay. Naja, ist jetzt nicht so sehr entspricht, dass ich da jetzt ein Abschiedsbild machen müsste. Aber der Flughafen, der gefällt mir. Obwohl er, also der hat kein, kein, ähm, wie sagt man, ähm, der hat kein so ein Sternenflughafen-Symbol drauf gehabt. Auf der Weltkarte. Ist also nichts von der Hand nach bearbeitet. Und obwohl das ist ein guter Flughafen. Da hinten ist wieder eine Livery, wo fehlerhaft ist. Also, ich mache mit den Vermarkerungen. Das war ein schöner Flug. Hat mir gefallen. Die Sehenswürdigkeit hat mich jetzt nicht wirklich so überzeugt, obwohl sie nicht schlecht gemacht waren. Aber die Integrierung in die Szenerie passt nicht. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.